Wir steigen hier ein um zum Traktor zu springen Oliver Der ist auch fleißig am Angeln Brumm 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 Die Straße ist ein wenig uneben So, damit ist mein Silo leer Bloß kein Stein, bloß kein Stein Komm, gib Gas Die Straße ist ein wenig Drei 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war wieder ein Storch So, diesmal haben wir hier nicht gerade viel mit Tralala Der letzte Raps So, sind wir wieder bei 4.000 So, hopp Den Hänger schnell nach Hause schaffen Flug an den Traktor ran Und dann schon mal In Richtung des nächsten Flügeauftrags fahren Dann wird es wahrscheinlich In der Zwischenzeit Nacht Ja, wir sind jetzt schon bei 20 Uhr Lalalala Da rennt schon wieder einer um Um sein Leben Oder eine Auftanken, äh, tanken sollte ich ja noch Da hinten wird geangelt Ich glaube, es ist ein Gefühl Alle angeln zurzeit Oder haben die sonst Keine Hobbys Sooo Können wir ja übers Feld fahren Können wir ja übers Feld fahren Ganz schnell mal den Traktor betanken Ganz schnell mal den Traktor betanken Und Und Oh, da waschen wir ihn mal Ah nein, gewaschen hat Doch, gewaschen hatten wir ihn als Netz war schon Ich könnte eine kleine Pause vertragen Warum? So, M Dünger Streuer Es ist dunkel Wir pennen erst eine Runde Dann müssen wir wahrscheinlich Hühner und Kühe machen Nein Und Dann werden wir mal zu der Lütjahr rüberfahren So Verfassung Schnell noch was essen dann Kühe müssen gemolken werden Ja Ich esse trotzdem mal Vorher schnell was So Ich bin ausgeruht Ich weiß Deshalb habe ich ja geschlafen Ich lege immer in die gleichen Nester Hopp Hopp Kühe melken, verdammt. Das geht ja schnell hier, komm, dich melke ich von hinten. Oh, nicht kacken, nicht kacken, vorsichtig. So, und hier schaue ich mal, da weinen die Augen, hopp, muu muu, reicht das, wenn man euch einmal am Tag melkt und die nächste Kuh ist dran. Ich will noch mal schauen, ist das nicht so eine Art Melkanlage hier? Weiß nicht, wenn ich hier einen Knopf drücke und dann, nein, du bist schon, du bist noch nicht. Okay, dich melke ich im Liegen, dann dreh dich wenigstens auf den Rücken. Du stehst, hopp, das hauen wir jetzt mal durch hier. Auch nur zwei Liter. Wo, 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 wo. So ein dicken Arsch. Hier ist auf und dann fahren wir erstmal mit dem Pickup zu Lydia. Mal schauen, was ich so machen kann. Düngerstreuer. Ah, Scheiß, komm, wir bleiben auf der Hauptstraße. Das ist zwei Kilometer. Ja, nicht immer abkürzen wollen, wobei, hier bietet es sich ja an. Da da dumm. Da da dumm. schauen wir mal ob das eine gute idee war hier lang zu fahren aber einfach so mädchen so moment wir sind hier repariere eines und das machen so noch nicht entschuldigung was möchte dir helfen guten morgen schönes wetter nicht wahr schönes wetter nicht wahr das ist es kann ich dir helfen kann ich ihnen behilflich sein ich suche auf einem hof benötigt etwas fliege was denkst du auf jeden fall 300 bei dem anderen typen hat sich über 1000 gekriegt hört sich gut an ich kümmere mich drum welches ist es denn dein wohnhaus ernsthaft von außen sieht ja schon mal ganz okay aus was soll denn kaputt sein der zaun hier ist ein bisschen kaputt so pam pam Bis zum nächsten Mal.